Machen dir Allergien oder Darmbeschwerden schon lange zu schaffen? Zeit für eine Veränderung! Erfahre, was Allergien mit deinem Darm zu tun haben, denn das ist ein wichtiger Schlüssel für deine Gesundheit und für dein Wohlbefinden. In meinem Webinar der Allergie- und Darmfrequenzcode teile ich mit dir mein zehnjähriges Expertenwissen zum Thema Allergien, Darmbeschwerden und Frequenztherapie. Ich mache die unsichtbaren Auslöser deiner Symptome sichtbar. Ich zeige dir, wie dein Immunsystem wieder stark und dein Darm zu deinem besten Freund wird. Mit meiner Herzensarbeit als Naturheilpraktikerin und Frequenztherapeutin habe ich schon unzähligen Menschen erfolgreich aus der Allergiespirale herausgeholfen. Du bist hier genau richtig, wenn du bisher noch keine wirklich hilfreiche Lösung für deine Beschwerden gefunden hast. Buche jetzt gleich deinen Webinar-Termin für mehr Lebensqualität. Ich begleite dich sehr gern dabei. Bis gleich!